Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe zum Ländle Talk hier bei uns im Studio in Götzis und es freut mich ganz besonders, dass wir heute einen Mann begrüßen dürfen, der einiges bewegt hat, hier bei uns im Rheintal, Richard Fischer. Hallo Herr Fischer. Grüß Gott, hallo. Herr Fischer, der Golfplatz in Rankwell steht kurz vor der Fertigstellung. Ihr Baby quasi aktuell. Wie sieht es aus beim Golfplatz? Ja, nach langem werden wir endlich die Situation erreichen, dass es fast perfekt ist, dass wir also alle 18 Löcher spielen können und auf Championship-Niveau haben, also auf einem sehr hochwertigen sportlichen Niveau und dass auch die Infrastruktur vollständig ist, inklusive den neuen Spielmöglichkeiten auf der Spielwiese und auch zum Button und Chippen viele Möglichkeiten sind für auch neue Eintretende. Der Golfsport, Ihr Hobby, Ihr persönliches Hobby, woher kommt das Faible für den Golfsport? Ja, ich bin viel in der Welt herumgekommen und was mich am Golfen fasziniert hat, ist, dass Jung und Alt miteinander spielen können, also von 10 bis 100 quasi und wirklich und dass es auch unabhängig von der sportlichen Leistungsfähigkeit innerhalb der gleichen Gruppe oder Familie in einem Flight gespielt werden kann. Ja, es kann sogar ein Profi mit einem Anfänger spielen und sogar um ein Getränk spielen, ohne dass sicher ist, wer gewinnt. Das ist eine Folge dieses Handicap-Systems, wo sich jeweils auf die Spielstärken so nivelliert, dass man gemeinsam Spaß haben kann. Zurück nochmals zum Golfclub. Warum haben Sie sich damals entschlossen, hier einen Golfplatz zu bauen im Rheintal? Ich habe schon vorher verschiedene Dinge in Rangfeld gemacht. Ich nenne das immer ein bisschen Dienst an der Heimat. Wenn es einem selber gut geht, sollte man auch, glaube ich, für andere etwas tun, insbesondere dort, wo man wohnt. Und es war für mich immer ein Traum, in Rangfeld einen Golfplatz zu haben, statt eine halbe Stunde oder eine Stunde ins Ausland fahren zu müssen. Das war damals normal. Ich habe immer gesagt, Golfen soll nicht nur etwas für den Urlaub sein. Es soll dort ausgeübt werden, wo die Leute leben. Und bei uns leben halt 300.000 oder 400.000 Vorarlberger im Rheintal. Also sollte doch auch im Rheintal ein Golfpark sein. Jetzt haben Sie sich diesen Traum, wenn man das so sagen darf, erfüllt. Der Weg dorthin war aber relativ steinig. Darf man das so bezeichnen? Ja, der war extrem steinig. Das ist klar, dass solche Flächen sehr umstritten sind. Und, glaube ich, erst jetzt gesehen wird, was mit diesen Flächen passiert ist. Nämlich, dass die ökologisch enorm aufgewertet wurden. Dass aus diesen 60 Hektar, das ist eine große Fläche, dass 30 Hektar davon der Natur zurückgegeben wurde, in Form von Blumenwiesen, in Form von Seen, Biotopen, wechselfeuchten Gräben. Es wurden aber auch eineinhalbtausend Bäume gesetzt. Das heißt, es ist eigentlich ein Park und ein Naherholungszentrum entstanden. Und, glaube ich, heute gehen die Leute vorbei und sagen, wir verstehen nicht, wieso man da so dagegen sein konnte. Und würden vor allem sehr dagegen sein, wenn man den ursprünglichen Zustand wiederherstellen würde. Was waren denn so die größten Hindernisse, die es gegeben hat? Die größten Hindernisse waren natürlich behördliche Verfahren. Das waren Kämpfe mit der Naturschutzanwaltschaft, mit der Landwirtschaftskammer, mit verschiedenen anderen Institutionen, dreimal Oberster Gerichtshof. Das waren natürlich auch Dinge, die sie ergeben haben. Dadurch, dass so ein Projekt ein lebendiges Ding ist, das ist nicht ein Kraftwerk, wo man einmal Pläne macht und das genauso baut, sondern wo man einmal zuerst einen Plan hat, etwas zu machen, in dieser größten Ordnung, wo nicht sicher ist, wer macht mit einem Miet, welche Flächen hat man wirklich. So, dass es dann im Lauf des Projektes zu Änderungen kommt. Und dann kommen natürlich Behördenverfahren, die sagen, ja, jetzt ist es anders als ursprünglich geplant. Und dann fangen die Probleme an. Aber das liegt in der Natur der Sache. Und ich glaube, dass einfach ein, zum Beispiel, Umweltverträglichkeitsverfahren für so einen Golfpark sehr schlecht geeignet ist, weil das ist ein Entwicklungsprojekt. Mittlerweile alles gut in Rangweil. Der Golfplatz ist so gut wie fertig. Wir haben es eben angesprochen. Zu einem Golfplatz gehört auch ein ordentliches Clubhaus. Auch das wurde gebaut. Ich würde sagen, ein Clubhaus, das seinesgleichen sucht hier in der Umgebung, oder? Ja, auch da bin viel in der Welt herumgekommen und habe mir überlegt, wie kann man das am besten machen und habe versucht, da schon auch neue Wege zu gehen, zusammen mit sehr vielen kompetenten Leuten, die im Mehrheitlichhaus Vorarlberg kommen. Ich glaube, es ist außergewöhnlich in der Architektur. Es ist außergewöhnlich in der Einbindung in die Landschaft. Es ist außergewöhnlich in der künstlerischen Gestaltung. Aber auch so banale Dinge wie Logistik, kurze Wege, Perfektion im Detail, Materialien, auch Ökologie. Da wurden sehr viele neue Wege gegangen. Und ich glaube schon, dass wir uns da in der ganzen Welt sehen lassen können mit dem, was uns da gemeinsam gelungen ist. Und es zeigt sich auch, dass die Kompetenz in den verschiedenen Fachrichtungen im Land vorhanden ist und sehr groß ist. Ja, das Clubhaus spielt nicht nur alle Stückchen, sondern es ist auch öffentlich eingebaut, oder? Also es ist ein öffentliches Restaurant. Wir haben verschiedene Besucher, wo einfach als Fahrradfahrer oder als Fußgänger vorbeikommt. Wir haben Leute, die mit, die irgendwo in der Nähe arbeiten und Mittagessen zu sich nennt. Und das Schöne an dem ist, dadurch, dass es natürlich sowohl Duss wie auch Dinn eine tolle Aussicht hat, sieht man eigentlich unsere Heimat in besonders schöner Form. Also der 270 Grad Panoramaterrasse, die Schweizer Berge, die österreichischen Berge sind wie auf dem Präsentierteller, die sehen die Natur. Es ist also wunderbar vom Ambiente. Und die sind alle willkommen. Und weil es auch die entsprechende Infrastruktur und Größe hat, ist es natürlich auch ideal geeignet, sei das für ein großes Geburtstagsfest, wir haben Hochzeiten, die Sie angemeldet haben. Es werden diverse Firmen Weihnachtsfeiern sein, weil es halt dann auch eine geschlossene Gesellschaft im November, Dezember leicht möglich ist in der entsprechenden Größenordnung. Also wir haben diverseste Events, wir haben Präsentationen dort, weil das Ambiente schön ist. Also vom Fußgänger bis zur Firmen-Superfeier-Präsentation ist das ideal. Aber besser ist einfach mal vorbeikommen, einen Kaffee dort trinken und sich das anschauen, was ich da erzähle, ob das wirklich stimmt, ob da wirklich unsere Heimat so schön ist, wie unsere Kunden immer wieder sehen. Wenn Sie persönlich jetzt, Herr Fischer, mit dem Auto zum Golfplatz hinfahren, was geht Ihnen da durch den Kopf? Sind Sie stolz auch wahrscheinlich auf Ihr Baby, auf Ihr Projekt? Ich fahre meistens mit dem Auto, aber nicht immer. Ich kann sogar manchmal mit dem Fahrrad fahren. Und es erfüllt einem schon mit großer Freude, insbesondere wenn man das Wachsen sieht. Und ich glaube, so richtig toll wird so ein Golfpark mit zunehmendem Alter der Bäume beispielsweise. Und ich habe früher mal gesagt, Vorarlberg ist ja eigentlich eine Stadt, insbesondere das Rheintal. Bregenz bis Völkir ist ja fast schon zusammengewachsen. Und wenn das einmal eines Tages die Stadt Rheintal sein wird, dann wird der Golfpark hoffentlich der Park dieser Stadt Rheintal sein, der Stadtpark. Darauf sind wir schon gespannt. Zu einem Golfpark, zu einem Golfplatz gehören natürlich auch Golfspieler. Es gibt den Golfclub Montfort in Langweil. Wie viele Mitglieder sind aktuell mit dabei? Wachsen die Zahlen auch beim Golfclub? Ja, wir haben eine stark wachsende Situation einfach deswegen, weil wir in der Nähe der Leute sind und höchste Qualität haben. Denn es ist sogar schon so, dass wir 700 Mitglieder haben, ohne jemals Werbung gemacht zu haben. Ich habe immer gesagt, solange das Produkt nicht perfekt ist, mache ich keine Werbung. Und wenn das Produkt perfekt ist, brauche ich keine mehr zu machen. Und es schaut so aus, wir haben jetzt 700 Mitglieder und auch noch 100 Jugendliche, was mich sehr freut. Und wir werden freiwillig bei etwa 750 keine weiteren aufnehmen, vorübergehend zumindest, weil wir wollen, dass die Leute, die jetzt zum Golfsport überwiegend kommen, auch wirklich spielen können. Der Andrang ist groß und wollen natürlich in erster Linie auch den eigenen Mitgliedern diese Spielstätte zur Verfügung stellen. Darum werden wir in Kürze schon eine Warteliste haben, wahrscheinlich längstens nächstes Jahr. Gibt es eigentlich auch Pläne, Turniere in Rangweil auszutragen, grössere Turniere? Das wäre einerseits verlockend, vom Punkt des Stolzes gesehen. Aber ich glaube, den Hauptzweck sehe ich schon darin, dass es eine Infrastruktur ist. Und dass es in erster Linie unseren Mitgliedern zugute kommt, dass sie auf einem sehr schönen, international anerkannten Platz spielen können. Das mit professionellen Turnieren noch zu überlagern, würde ich eher sehen, wenn unsere Jugend so gut ist, dass sie in einer derartigen Spielstärke spielen, dass vielleicht einmal ein Turnier aus ihrer Liga auch bei uns stattfinden kann. Ja, aber ich habe schon früher Probleme gehabt, wenn man unbedingt fünf Brasilianer in der lokalen Fußballmannschaft braucht und dann die eigenen nicht mehr spielen könnte, habe ich eher Probleme damit. Also ich hoffe und wünsche mir, dass dieser Platz in erster Linie schon unserer eigenen Bevölkerung zugute kommt. Die eigene Bevölkerung soll also spielen, die eigenen Mitglieder sollen spielen. Generell zum Golf, wie stehen Sie zum Golfsport im Allgemeinen? Ich glaube, der bringt sehr viele Vorteile, wie im Vorgespräch schon besprochen. Ich sehe den Hauptzweck des Golfes, dass er auf spielerische Art die Leute in die Bewegung bringt. Die Leute werden immer älter, Gott sei Dank, und sie werden nicht älter, indem sie vor dem Haus auf ihren Tod warten, auf der Bank, sondern sie werden aktiv älter. Und jeder Arzt wird sagen, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Dein Körper rostet, wenn er nicht bewegt wird, also bewegt dich. Und natürlich kann man sich bewegen ohne den Golfball. Man kann auch einfach freiwillig jeden Tag wandern gehen. Man kann einen Hund sich anschaffen und der Hund bringt einen in die Bewegung. Geht auch. Oder man hat diesen Golfball, der bewirkt, dass man spielerisch in die Bewegung kommt. Darum Hauptzweck ist, dass die Leute sich bewegen. Ein zweiter Zweck ist, dass sie sozialisieren. Diese Bewegung wird ja gemeinsam oft gemacht. Man kann zwar alleine auch spielen, aber in aller Regel spielt man zu zweit, zu dritt, zu viert oder ganze Turniere. Und damit ist man auch gezwungen, sich mit anderen Leuten auszutauschen. Und auch das ist gewünscht. Also Bewegung und soziale Interaktion sind zwei Ziele des Golfsports. Und wenn man zu unserem Clubhaus kommt, steht ja dort mein Leitspruch, der lautet, das Golfspiel ist so wie das Leben. Manchmal Freude, manchmal Leiden. Und das Ziel ist das Bewegen. Bewegung, das große Ziel. Und man ist immer an schönen Orten, egal wo man spielt. Und das ist ein anderer Aspekt. Wenn man Urlaub macht und man will nicht nur am Strand liegen, sondern sich das Abendessen verdienen, dann ist Golf der perfekte Sport. Man muss zehn Kilometer laufen. Und nach zehn Kilometern hat man sich das Abendessen wohl verdient. Und das Schöne ist, rund um die Welt kann man das spielen, weil es nach gleichen Regeln funktioniert. Ich habe sogar mal in Japan mit Japanern gespielt. Die haben kein Wort Englisch gekonnt, ich kein Wort Japanisch. Wir haben uns bestens den ganzen Tag spielerisch unterhalten. Es war allen klar, was da abgeht. Wir haben genau gewusst, wer welches Resultat hat. Wir haben gemeinsam dann gegessen. Wir hatten einen schönen Tag. Und das hat mir gezeigt, wie toll diese Sportart aufgrund dieser Normierung ist. Natürlich ist die Natur überall anders. Und man kann nicht sagen, der Platz ist schöner oder nicht so schön. Er ist naturbelastend oder gepflegt. Und das gibt es schon. Aber rund um die Welt, die Plätze sind immer auf ihre Art schön. Und sie sind immer bespielbar, weil gleiche Regeln. Golf verbindet. Also ich wiederhole es nochmal. Jetzt gibt es aber den Richard Fischer nicht nur auf dem Golfplatz. Sie haben auch andere Hobbys. Eines davon ist die Landwirtschaft. Auch da sind Sie seit kurzem aktiv. In der Nähe des Golfplatzes sogar. Ja, das hat sich einfach ergeben, weil der Bauer daneben nach Deutschland gezogen ist. Und ich wollte, dass das unmittelbar angrenzende Grundstück als Landwirtschaft so bewirtschaftet wird, dass es sehr ästhetisch, sehr schön ist. Also wollte ich haben, dass Kühe in der Mutterkuhhaltung auf der Weide sind. Das war das eine. Das andere war, ich habe eine Rinderrasse gesucht, die der Hochwertigkeit des Rheintals entspricht. Und habe das auch gefunden in Form dieser japanischen Rinder, dieses Wagyus. Das ist die einzige Rinderrasse der Welt, bei der das Fleisch stark marmoriert ist. Also der Geschmacksträgerfett ist eingelagert im Fleisch und er ist noch dazu gesund. Es ist ein viel teures Fleisch, ja, aber es ist eine kleine Herde. Und es ist auch gut verwendbar, weil wir das sowohl in der eigenen Gastronomie am Golfplatz dann anbieten können. Aber auch die Spitzengastronomie im Lande braucht oder nimmt das sehr, sehr gerne aus lokaler Produktion. Und es hat sehr gut angefangen. Die Herde hat inzwischen 24 Stück. Es sind sehr schöne, schwarze Tiere auf der Weide. Und wir betreiben das eigentlich nicht als Hobbys, sondern wir betreiben das schon. Das Ziel ist ganz klar, dass diese landwirtschaftliche Gesellschaft mit dem Bauern, der die operative Arbeit macht und mit mir, der das Marketing und die sonstigen Dinge macht, dass das Ganze sich selber trägt und er damit auch sein Auskommen hat und die Landschaft schön gestaltet ist. Also rundum gesunde Tiere auf der Weide neben dem Golfplatz. Ja, insbesondere wird auch im Biostatus geführt, dieser Betrieb. Weil ich möchte mal wirklich wissen, was ist das bestmögliche Fleisch, das man produzieren kann. Weil wenn wir schon woanders Perfektion suchen, versuchen wir es da auch. Und wir haben auch, noch einmal, wir haben eine Spitzengastronomie. Ich glaube, auch da ist es toll, wenn man das bestmögliche Fleisch denen anbieten kann. Und da ist uns nichts zu viel. Also wir suchen auch die Unterlagen in Japan, in Amerika zusammen, um auch die technischen Unterlagen zu haben, damit dieser Aufwachsvorgang optimal verläuft. Das ist ein sehr langer Aufwachsvorgang. Die brauchen über drei Jahre. Also doppelt so lang wie normale Rinder. Und brauchen ziemlich viel Erfahrung. Und das sammeln wir zusammen. Und auch da haben wir einiges an den Sportsgeist, um das bestmögliche zu machen. Wie schon, man merkt es Ihnen wirklich an, Sie sind wirklich ein Perfektionist. Würden Sie sich als Perfektionist bezeichnen selber? Ja, ganz sicher. Sogar, dass ich Mama darunter leide. Weil es ist nicht ganz einfach, dann das mit allen zusammen umzusetzen. Und da werde ich auch wahrscheinlich verschiedene Leute schon auch an die Grenzen gebracht haben. Oder vielleicht auch darüber. Jetzt waren Sie im Geschäftsleben extrem erfolgreich. Haben den Golfplatz in Rangquell durchgedrückt, kann man so sagen. Sind jetzt mit Rindern beschäftigt. Gibt es noch Ziele für die Zukunft, die Sie sich selbst gesteckt haben? Ich glaube, das erste Ziel ist, dass das Erschaffene gut weiterlebt. Dass das rund läuft, dass das perfektioniert wird. Ich bin nicht jemand, der etwas macht und dann davon rennt. Sondern es muss schon nachhaltig sein. Und darum, die Nachhaltigkeit ist mein erstes Ziel für die Zukunft. Ich mache parallel dazu auch Sozialprojekte. Ich finanziere Berufsschulen in Südamerika, auf den Philippinen jetzt. Und das Ziel dort ist, dass man möglichst viele junge Leute ermöglicht, in Berufsschulen zu gehen. Und das ist in den Schulen immer der Fall, dass da 200 bis 400 Leute jeweils ausgebildet werden, zusammen mit den Jesuiten, die dort die Oberleitung haben. Und das sind eigentlich meine Ziele, die ich jetzt schon einige Jahre auch parallel dazu verfolge und weiter dran bin. Aber das sieht man hier nicht. Und das muss auch nicht unbedingt hier gesehen werden. Wo holen Sie sich sonst Ihre Energie her? Die kommt immer aus dem Kopf, aus dem Denken. Ich habe immer viel nachgedacht. Ich habe dann auch versucht, viel vorauszudenken. Und dann stellt man fest, man muss dann auch neue Lösungen finden. Also muss man auch sagen, erdenken. Und darum, ich glaube, die Triebquelle ist schon das Nachdenken, das Vorausdenken und das Erdenken, das sich dann immer wieder in solchen Lösungen widerspiegelt, die nicht einfach kopiert werden können, weil es viele Dinge einfach noch nicht gibt. Und Wünsche für die Zukunft? Gibt es noch Wünsche? Dass alles diesen Lauf nimmt und nachhaltig ist. Dann sage ich vielen Dank für dieses interessante Gespräch und Ihren Besuch hier bei uns im Studio. Gerne. Dankeschön. Soweit also Richard Fischer vom Golfplatz in Rankwell. Und bei uns geht es weiter mit dem nächsten Beitrag.